ja hallo und ein ganz herzliches willkommen zu einer neuen folge von let's play omsi 2 der omnibus simulator ja wir befinden uns heute auf der karte edbruck und wie ihr seht habe ich es endlich nicht kriegt mal die himmel texturen auszutauschen weil ich habe keine ahnung was dafür texturen rein kam es sah auf jeden fall scheiße aus auf jeden fall habe ich jetzt wieder den sky mod wieder eingefügt so dass der himmel wieder ordnungsgemäß richtig gut aussieht und ja wir stehen hier am betriebshof von edbruck und von heute mit einem ganz neuen gefährt und ja man kann schon in außenspiegel sehen die man zuklappen kann interessant aber wir öffnen mal die roto beziehungsweise das rolltor und wir sehen einen niegelnagel 9 iweco crossway le in der schnellbus variante von arne j denn dieser bus ist am samstag zu sonntag um 0 uhr erschienen und ja wir werden heute mit diesem bus eine kleine spritztour machen nach assik denke ich mal so hieße ziel und ja bevor wir so richtig los starten steigen wir mal am besten ein und schauen uns erstmal den in raum an und ihr könnt sagen was ihr wollt also das sieht wirklich fabelhaft aus also wirklich richtig klasse arbeit ich habe das auch schon in einigen live streams gesehen wie bei florenkale oder bei so gamer oder bei zeleb schöne grüße an euch allen ja bei zeleb habe ich auch gesehen dass die texturen sogar richtig lesbar sind teilweise ja also also man hat hier wirklich richtig scharfe texturen dabei ja zum beispiel hier du kannst es richtig gut lesen also ist der wahnsinn also um großes fetter daumen nach oben an arne j für diesen bus also den hat er wirklich sehr gut hinbekommen könnte sagen was ihr wollt aber ich finde den auf jeden fall klasse und fetter daumen nach oben auf jeden fall allgemein hier die in ausrichtung ja das sieht bombe aus ja es sieht wirklich bombe aus und ich kann es mir jeden empfehlen das ganze herunterzuladen und so gucken uns mal weiter in raum ansichten an ja es werden auch zwei repaints mit liefert das sind zwei repaints halt für den weser eps bus ja weser eps bus repaint wie man schon sieht ja also das sieht schon richtig klasse aus ja hier haben wir sogar noch ein funk gerät sehe ich gerade ist sehr cool also das sieht richtig klasse aus schön herrlich 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 sogar notausstieg zweier richtung also von innen und außen lesbar dass dort notausstieg ist also sieht richtig hammer aus also fettes daumen fette daumen nach oben und ja hier ist unser fahrer arbeitsplatz also der sieht wirklich richtig klasse aus auch hier schön mit funk ja natürlich nicht bedienbar ist ja logisch weil um sie ja kriegt das nicht hin so hier haben wir noch einen zettel vdo paragraf 57 b der stv z paar kleine details reifengröße fahrzeug nummer prüfdatum dritter august 2016 oder 18 fahrzeug auf jeden fall also ist richtig fett richtig fett also einfach der wahnsinn gut um die not notausstieg knöpfe funktionieren jetzt hier nicht um aber gut das ist nicht so tragisch hier haben wir noch Prozent sogar Prozent Fahrpläne für die Linie 620 Gürtig ab 9. Dezember 2018 gut die sind zwar schon abgelaufen aber egal und zwar die Linie 620 vom Weser-Ems-Bus db Weser-Ems-Bus von Leer über Wiener Bunde Bad Nüveschans ja mein deutsch ist heute gut egal auf jeden fall richtig klasse auch hier schöne scharfe texturen finde ich klasse also hammer hier haben wir noch einen schönen fahrplanhalter passt der fahrplan perfekt hin hier haben wir unseren arbeitsplatz gut unser arbeitsplatz beziehungsweise der dashboard ist jetzt nicht so der schönste ja aber das sieht jetzt nicht am erbauer sondern halt wirklich an Iveco und ich muss aber ganz ehrlich sagen ich kenne noch den Bus Simulator 2019 oder was 2018 von Astrakon da gab es ja auch diesen Iveco und da muss ich ganz ehrlich sagen dieser Iveco gefällt mir viel besser als der von Bus Simulator weil von Bus Simulator kannst du eine tolle kloppen allgemeiner spiel so ein Gerüst mal auf also wir müssen öfters die taste drücken du 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 ja dann haben wir hier noch so ein schönes teil aber das ist halt nicht im betrieb sieht eher nach Navi aus kann ich jetzt aber nicht so genau sagen apropos Navi wollte heute eigentlich auf Hamburg fahren aber da um die Navigation nicht funktioniert fahren wir auf Adbruck denn da gibt es wenigstens Hilfspfeile genau so und wir haben hier einen schönen Almex Drucker der ganz besonders ist und zwar ist das hier neu also sowas habe ich echt noch nie gesehen beim Almex das ist neu dazugekommen dass sogar die Verspätung oder Verfrühung und sekundenweise so runter gehen also das ist halt so runter geht das ist richtig Klassiker macht auch hier schön db Weser-Ems-Bus Version 2.0.5 gut das müssen wir jetzt nicht wissen ja letzter gestaltete Datenabgleich 24.05.2019 gut 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 also auf jeden fall kannst du echt nicht meckern ja also das ist schon ein hammer geiler Bus auch hier schön Feuerlöcher hier haben wir noch ein Besen ganzen Details hier mit dazugekommen also das ist der Wahnsinn ja das ist der Wahnsinn hier oben haben wir noch eine Uhr und hier haben wir noch eine ja ja mir fällt der Begriff gerade nicht ein ein Bildschirm ein paar ganz Informations Bildschirm ja es gibt einmal diese Variante und ich glaube die andere Variante ist ohne Bildschirm da gibt es halt nur so eine ja so eine kleine Matrix Anzeige wie man es sonst aus dem Bus kennt kennt ja man wird hier noch Prozent mit Dachluke und natürlich haben wir auch Licht ja also das ist ganz klar Prozent weg gut wenn es nicht irgendwie blau wäre das würde zu einem Sitz mit passen ich bin sowieso so ein blauer Fan vor allem was in Beleuchtung angeht weil wie gesagt seitdem ich seitdem bei uns die Dostos seit einigen Jahren mit Blau in Beleuchtung fahren und einige Busse sogar in in Blau in Beleuchtung fahren bin ich ein totaler Blau Fan geworden wobei ich brauchte schon Blau immer so wie klappt man den Außenspiegel aus finde ich auch ganz cool gemacht dass man den zu und auf klappen kann und starten mal den Motor oh fahrt der Knopf man darf nur E drücken M ist abrüsten das ist nicht gut auch hier schön Iveco Bus ein bisschen leise habe ich das Gefühl oder ne es geht mein Headset ist nur zu leise herrlich was haben wir da von Symbol lol egal ja das ist unsere Linie wir fahren die Linie 21 äh 41 24 von Edbrock Bahnhof nach Assek gestüt 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 ja gestüt die Linie geht ungefähr eine halbe Stunde und ähm denke mal das reicht dann auch für heute und ja wir können uns mal die Hupe anhören ok ok alles klar ähm Sound mäßig Hupen mäßig da halte ich mich total zurück denn äh da will ich nichts kritisieren das dürfte eh gerne übernehmen denn ähm ich habe keine Ahnung wie der sich in ULF anhört da ich dem bisher nie in echt begegnet bin ja muss ich einfach sagen ich habe den noch nie in echt gesehen nur von Bildern her oder halt mal äh ja vom Video vom Vorbeifahren her ne aber sonst keine Ahnung bei uns fahren die nicht rum deswegen äh will ich mir auch hier kein Urteil ähm deswegen will ich auch kein Urteil fällen ähm dass das Sound äh scheiße ist oder so ne deswegen halte ich mich da zurück hier haben wir sogar Kanal Funk 9 ähm das ist ja der deutsche Kanal soweit ich weiß ne so hieß es ja damals auch im ETS 2 Kanal 9 ist immer der deutsche Funk Kanal und ja gut ähm ja bevor wir jetzt losfahren widmen wir uns jetzt erstmal zu diesem Teil denn hier finden wir nicht nur eine Dachluke die sich interessant anhört da haben wir hier noch ne Dachluke hört sich interessant an aber man sieht es ist offen ja es ist offen auch wenn das Sound manchmal ein bisschen komischer anhört von einer Dachluke gut so ähm dann haben wir hier noch äh äh Moment dann haben wir okay das ist nicht in Funktion wir hatten noch ein ähm Sonnenrollo was elektrisch ist das muss ich den gerade nur suchen das müsste da eigentlich sein ne genau ein elektrisches Sonnenrollo äh ist jetzt die Taste ja ja das ist unser Sonnenrollo so du könnt ihr nicht manuell hoch und runter schieben sondern ihr müsst dann halt die Taste betätigen fahren wir ganz hoch ich denke man die Sonne wird uns heute nicht stören ähm was haben wir noch äh das geht nicht so schlimm äh ja hier haben wir noch ein Sonnenrollo das könnte natürlich manuell hoch und runter kurbeln ihr müsst natürlich ähm dafür auch den Knopf auch praktisch ist ähm ja das quasi so eine Lücke frei ist damit du halt damit man halt schön den Außenspiegel betrachten kann ähm was gibt's noch ähm ja nicht gibt's noch gute alte Licht äh stufe 1 ist halblicht ähm ist gut für Nachtfahrten ja ist nicht allzu hell man sollte aber komplettes Licht anmachen wenn man fahrgäste reinlassen will weil sonst fangen sie an zu meckern das ist denen zu dunkel ist ne und ähm das ist halt typisch OMSI äh die OMSI menschen denken das war halblich das Licht komplett aus ist obwohl das hier nicht so der Fall ist so hier ist noch Fahrerlicht auch sehr schön hier ja gut dann können wir hier noch durchschalten durch ein Display ja schön herrlich 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 können wir hier den Motor ausmachen und den Motor wieder anmachen ne ne ja ähm ähm gibt's sonst noch was achja hier Heizung auch ganz modern machen wir mal an äh können wir hier einstellen ähm wir können quasi die Temperaturen mit ähm ähm einstellen äh ich mach mal 21 Grad das sollte reichen äh die Solltemperatur liegt bei also die Isttemperatur liegt bei 15 Grad die Solltemperatur wird dann bei 21 Grad sein ähm äh können wir noch die Stufen einstellen schick gefällt mir also so ne Heizung müsste echt in allen Bussen sein die gefällt mir ja gut äh sonst gibt's eigentlich nicht viel zu erklären weiter hier haben wir noch Needing absenken hochsenken äh selbst erklären was es ist ne was es bedeutet und ja dann würde ich sagen fahren wir mal raus öffnen die Türen auch hier schön Licht herrlich steigen aus und ähm ne wir können doch nicht aussteigen wir müssen noch ein bisschen dann muss ich schon mal einkurbeln so so automatisch hatte ich den Rams ist drin auch perfekt wird dann machen wir da die Tür zu ja geht es nur mit F4 toll so so jetzt wird der Laden wieder dicht gemacht sehr schön auch hier nochmal von hinten herrlich das sieht herrlich aus also wirklich können wir nochmal vorne Licht an machen damit ihr das auch mal sehen könnt erstmal hier Warnblinker Licht Fernlicht herrlich schön schön wirklich tolles gefährt ne also lieber Arne Daumen nach oben für diese Top Arbeit also da muss man wirklich sagen Respekt so kommen wir nun ähm zu unseren Allmax ich muss nochmal die Nummer aufbuchen und zwar äh Dienst anmelden und zwar die Fahrernummer ist die 69 2 4 Eingabe und PIN ist 51 7 3 Eingabe äh eieiei wählen sie eine Liniennummer aus der Liste oder geben sie die Linie direkt ein ok das ist auch interessant also das kenne ich ja auch nicht äh die Liniennummer ist die 41 24 ich denke mal ich hoffe mal dass er das findet äh dieser Emsbus wählen sie nun eine Fahrtnummer aus der Liste oder geben sie die Nummer direkt ein Fahrt müsste 1 sein so das kann ich hier gar nicht kann ich hier gar nicht bedienen ok nochmal 41 24 achso haha Route 0 1 nein mach doch nicht hä hm 1 äh 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 ähm müssen wir mal noch eingeben 41 24 20 bestimmt 0 0 ne und dann 1 hat er das hat er das hat er das jetzt oder hat er das jetzt nicht uiuiuiui uiuiui da fängt jetzt schon an pang Liniennummer durch wodurch du kommst du auch nicht zurück das ist ja toll ich möchte gerne macht denn das nicht hätte ich mich mal damit beschäftigt so linienwechsel 41 24 00 eingabe so jetzt mal fahrt 01 macht er nicht warum macht er das nicht das ist 0 41 40 langsam wird mir warm auch verdammt 41 das ist eine gute aber die linien passt nicht 41 24 20 24 so 041 hier ist es 041 wie kriege ich dieses Problem gelöst das ist 1994 hat der jetzt 94 genommen ist ja egal und habe ich jetzt die falsche hofdatei genommen nee kann es sein ich muss mal nach 1 41 24 existiert 41 24 aber warum akzeptiert er das nicht warum 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 um um kann er darauf nicht zugreifen auf Prozent die hofdatei konnte mit der hofdatei nicht klar oder Prozent um geht das nicht lol man kann sogar ausmachen ist für nachtfahrten gut um um st 1 424 Leute warum gehst du nicht man könnte hier was aussuchen aber du kannst dich anklicken um 1 aber er will die 1 nicht um umlauf 10 mir fällt nichts mehr ein um um ok dann machen wir was ganz anders Prozent komme ich jetzt zurück das wird er nicht das um jetzt ja Linie das will nicht Verspätung ok schön schön ich weiß dass wir Verspätung haben äh muss ich jetzt hier eingehen es tut mir wirklich leid ich hab keine Ahnung warum das hier nicht geht äh 41 41 24 24 ja wird schön angezeigt aber ich hab keine Ahnung wie die Linie Nummer ist Linie Nummer weiß zu bescheiden warum akzeptiert er diese Nummer nicht warte mal ich hab ne total bescheuerte Idee das werden wirklich bescheuert wenn das wirklich so ist 0 41 00 gute 1 ne 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 hat er nicht das wäre jetzt äh ja hier machen wir mal hier so 41 24 genau so 24 Minuten sind schon rum und wir sind immer noch nicht losgefahren das ist ein neuer Rekord Steven in dem du einfach mal wieder keine Ahnung hast wie man einen Bus schildert äh so jetzt ist mir aber auch warm geworden hier oh Gott ist hier ein Fallchaos so ähm könnt ihr auch hier einsteigen ich will nicht extra noch eine Ehrenrunde drehen sonst kriege ich mehr Verspätung ne wollen sie nicht na gut dann machen wir es mal komplett anders normalerweise fährt man ja außen rum aber da wir jetzt schon 2 Minuten Verspätung haben würde ich das jetzt einfach mal ähm ausnahmsweise ausfallen lassen diese Ehrenrunde so 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 immerhin kommen wir gleich den Rückwärtsgang testen und der funktioniert super he so äh ja ok immerhin wollen die Leute einsteigen das ist doch was oder guten Tag guten Tag guten Tag ach verdammt wird nicht wärmer ne 15 Grad das ist die Außentemperatur ich schussel das ist die Außentemperatur können wir auch mal hoch mogeln machen wir mal 18 Grad ich dussel ich dachte eben das ist die Bustemperatur weil die ist ja meistens immer auf 15 Grad so ja äh wie gesagt sorry dafür dass es jetzt eine Ewigkeit gebraucht habe äh kennt man ja nicht von mir anders aber ich habe wirklich keine Ahnung wie man das schildert also äh ja der Profi Steven ist mal wieder hier richtig schön am werkeln ne so hier haben wir noch für Rollstuhlfahrer so hier haben wir noch für Rollstuhlfahrer so hier haben wir noch für Rollstuhlfahrer schade dass es ein OMSI keine Rollstuhlfahrer gibt wäre mal was cooles könnte Harlicon mal was machen wenn sie schon für E-Menschen machen ne wäre cool aber ich glaub nicht so dann wollen wir mal Abfahrt ich glaub ansagen gab's nicht sowieso keine von daher ist es jetzt auch nicht so schlimm ich hoffe Force Feedback hört man nicht allzu laut ähm wir fahren mal ein schönes Force Feedback und natürlich einen nervigen Blinker wie beim C2 warum bauten solche Blinker ein die Piepen das macht den Busfahrer total uschig so 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 auf geht's mit unseren Schnellbus Mühlensiedlung ist der schon also man merkt es ist ein Schnellbus er beschleunigt schnell das merkt man also das merkt man schon und das können wir auch gleich voll ausfahren beziehungsweise voll ausnutzen deswegen wollte ich auch diese Karte nehmen als Ersatz von Hamburg weil du kannst sie an einigen Stellen richtig schön losbrettern um halt auch mal zu testen was schafft denn dieser Bus überhaupt ne so ich hoffe mein Force Feedback ist nicht allzu laut zu hören wobei das sag ich in jeder Folge und da hört man es gar nicht und die Leute denken Digga was laberst du was soll man denn dann hören ja so Mühlensiedlung wir haben 4 Minuten Verspätung äh 3 Minuten Verspätung jetzt aber schnell hier hallo mit diesem Bus werden wir öfters mal unterwegs sein noch weil vom Fahrverhalten bis jetzt eigentlich ganz gut ne ich meine gut wir sind jetzt noch nicht mal 10 Minuten gefahren also ich denke mal kann ich am Ende der Fahrt mal was sagen wie das Fahrverhalten so ist ich habe das Gefühl man versteht mich kaum noch ich muss mal ein Mikro positionieren das hört sich dann immer komisch an und das hört sich dann manchmal an als ob ich übersteuere aber das ist dann meistens nicht so das ist OBS das sagt mir ich übersteuere aber dabei übersteuere ich gar nicht ich muss mir sowieso mal eine Mikrofoneinstellung auswählen so jetzt wird aber auch mal vernünftig gefahren Steve weil sonst gibt es hier Ärger ne sonst weckern die Fahrgäste rum das wollen wir heute nicht ja fast wie bei der DB fahren tut er aber alles funktionieren tut es auch nicht ne Fahrgastinformationssystem äh funktioniert schon mal gar nicht weil ich schüttel die Daten ich habe he so bisschen kickdown hier aber die Straße ist ein bisschen zu kaputt die armen reifen gleich mal so ein härtetest hier was schafft der Iveco wirklich der Iveco Crossrail Schnellbus auf jeden Fall springen wir sehr hoch springen wir sehr hoch wir springen sehr oft nicht hoch ach ne auf jeden Fall schafft er locker die 80 von jetzt aber auch mal 60 weil ein bisschen Realismus muss auch mal drin sein vier Minuten Verspätung haa das ist deutsch deutsch bahnvieling ich meine DB Bus DB Verspätung was willst du denn mehr heute ne so nächste Haltestelle Eschfeld und wir haben Verspätung rausgefahren das ist sehr gut oh 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 Gott oh Gott ja sorry ich habe ein bisschen hart gebremst es tut mir leid ich bin auch nur ein Anfänger einmal Tageskarte oh eine Tageskarte was willst du denn jetzt von mir äh Tagesrückfahrkarte what Urlauber Bus ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen ja schön doch da meine Güte ich will mir die Fahrscheine mal anschauen interessant ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen so ein Gültigkeitsdeutung Junge warum ist Omsi Hallo Halt die Fresse warum ist Omsi Digga will zu Stress haben dann komm her warum ist Omsi im Jahre 1998 gelandet ich habe doch gar kein Datum eingestellt ich habe doch nicht mal Chrono Aua Chrono Event eingestellt warum egal also Omsi du machst mich heute wieder echt zum Deppen der Welt ja äh wir haben natürlich auch äh äh Sonderziele ähm warum haben wir die denn Sonderziele hier äh Weser Elbens Bus Sonderfahrt Leerfahrt kein Einstieg Schuhbus Pause Verstärker dann haben wir noch äh Public Viewing Nachteule Probefahrt kein Einstieg Werkstattfahrt Einsteiger Bus Infomobil Dienstfahrt zur Loktaufe Norddeich Walloseum Leibucht Seehund Aufzuchtstation Weihnachtsfeier WEB also Weser Ems Bus Arne plus Annika also der Entwickler plus seine Freundin Schienenersatzverkehr Oldenburg in Oldenburg Schienenersatzverkehr Leer und Schienenersatzverkehr in Emden schön Ordentliche Packung Sonderziele mitgeliefert gefällt mir weiter geht's Ja ähm Apropos Omni Navigation ähm ich war ja gestern ähm was heißt hier gestern ich war am Samstagabend na gut Abend kann man es nicht mehr nennen Nacht wo der Ibeko rauskam noch bei einem Youtuber Streamer namens Simu Gamer also den hatte ich in seinem Stream mit gesehen und ich war halt auf den Haupt-Livestream von Celeb gewesen oder Zelle LB die Celeb ich hoffe ich sag den Namen richtig äh schöne Grüße an euch beiden auf jeden Fall ja machen sehr schöne Livestreams lohnt sich auf jeden Fall mal dort ein Abo da zu lassen und ähm da hat er mir auch schon gesagt dass das Problem mit Omni Navigation bekannt ist und dass auch viele das Problem haben und da bin ich ehrlich gesagt äh äh glücklich drum das ist ausnahmsweise nicht an mir liegt ja ja und man ist schon an diesem Problem dran es zu beheben und ich vermute mal eher ähm dass es an der neuesten Java Version liegt weil seitdem ich eine neue Java Version bekommen hatte vor ein, zwei Wochen ähm ähm funktioniert Omni Navigation irgendwie nicht mehr bei mir und ähm das ist irgendwie ärgerlich aber auf jeden Fall man ist schon auf dieses äh also dieses Problem ist schon bekannt und ähm man wird es versuchen dann das ganze zu beheben auf jeden Fall danke dir nochmal Celeb für die Info und ja ich war auch allgemein noch länger da gewesen und hab halt gesehen auf welcher Karte er unterwegs war und äh ich hab erstmal gestaunt denn er fuhr auf einer wunderschönen Karte mit sehr viel Überland und ich war begeistert von dieser Karte weil ich fand die toll und hab dann gefragt was das für eine Karte ist er sagt dann Landkreis Glesin da hab ich erstmal geguckt weil äh Landkreis Glesin das wird bestimmt einigen auch noch was sagen ist ja eine Karte aus Omsi 1 Zeiten und äh ja war eigentlich eine schöne Karte gewesen aber wo ich wo ich die Karte bei ihm so gesehen habe hab ich gedacht Alter die Karte kennst du überhaupt die sieht so geil aus ja Landkreis Glesin die hat er selber bearbeitet also die sieht wirklich wunderschön aus das ist der Wahnsinn und ähm würde mich auf jeden Fall sehr freuen wenn ähm wenn er Landkreis Glesin moddet 2.0 oder 2.0 2.0 moddet die veröffentlichen darf weil die Karte ist Bombe also ist Porno ja also sie sieht sowas von geil aus äh schaut auf seinen Kanal auf seinen letzten Livestream von Samstag wo er den neuen Evico gefahren ist die Karte sieht Hammer aus und äh ich drücke ihm einfach die Daumen äh was war das jetzt war das der Halterwunsch? lol ich dachte jetzt hat es bei mir geklingelt heieiei erst mal dran gewöhnen hier auf jeden Fall ich drücke ihm fest die Daumen dass er ähm eine Erlaubnis bekommt von LVB Fan dem ursprünglichen Kartenentwickler und natürlich auch ähm von ich glaube E-Mail hieß er der die Cineview Objekts Straßen hochgeladen hat damals beziehungsweise veröffentlicht hat denn äh er hat dann nämlich auch hier die SIP Estuits bearbeitet und natürlich darf er die Karte halt ohne Erlaubnis nicht veröffentlichen ne weil der Urheber ne ist ja quasi LVB Fan und ähm ähm halt äh ich glaube er hieß wirklich E-Mail äh der die Cineview Objekts erstellt hat weil die sind ja jetzt quasi bearbeitet worden sorry oi ömchen nicht oi sondern steck aus auf jeden Fall drücke ich ihm fest die Daumen dass alles klappt das ist äh dass er das bald ähm dass er quasi die Erlaubnis bekommt weil die Karte ist sowas von Bombe und Leute ich sag euch eins wenn die Karte später herauskommt ich werde ein Livestream machen ich werde eine komplette Schicht von mir aus fahren weil die Karte sieht so geil aus das ist Hammer ihr müsst es euch mal anschauen also der hat die Karte richtig geil bearbeitet also du kriegst richtig Bock drauf auf der Karte ne weil Respekt ne also was er aus dieser Karte gemacht hat Respekt ja muss man einfach mal wirklich sagen so auf jeden Fall äh schöne Grüße nochmal an den beiden raus machen wirklich klasse Livestreams und natürlich auch Videos Zalab war auch einer derjenigen der ja auch mit Knolle äh die Hamburg Hafen City Karte erweitert hat mit dem Linienpack und also wie gesagt lohnt sich da mal vorbeizuschauen so jetzt geht es in den Tunnel ja merkt es keinen großen Unterschied ist halt nicht so dunkel hier aber Licht muss trotzdem sein aber wir heizen jetzt mal ein bisschen um mal zu gucken wie der Bus so vorankommt ich hab heute echt Sprachfehler das ist echt unglaublich ich hab vorhin noch eine ganze Zeit gequatscht das war anscheinend ein Fehler Junge Junge Alter ohne Scheiß ne aber wenn der Haltewunsch losgeht denke ich immer hier klingelt irgendwas ist denn das interessanter Haltewunsch Ton so wie viel haben wir? 84 ja moin gut das geht auch bergauf ne wie viel Grad haben wir eigentlich? 21 Grad hat er gut hingekriegt unser unsere Heizung oh Leute ich schwitze heute echt es ist unfassbar normalerweise hat man bei uns heute Gewittern gesagt so dass man ein kleines Stück Hoffnung hatte dass es dadurch schön abkühlt und was ist es sind draußen immer noch 29 Grad und es ist ja nach 22 Uhr und es kam nix weder Regen noch Gewitter also die Wärme ist echt zum Kotzen und das Schlimme ist ich kann ja nicht mal mein Fenster aufmachen weil draußen ist es 1 Grad wärmer was bringt mir das? das bringt mir gar nichts ne Ventilator muss ich ausmachen bei einer Aufnahme weil dann besteht die Gefahr dass man den Ventilator in der Aufnahme hört und das ist nicht schön das wär überhaupt nicht schön ja deswegen ähm ja muss ich halt schwitzen aber es ist zum Glück nicht Train Simulator was ich aufnehme weil bei Omsi da muss ja die Grafikkarte nicht richtig arbeiten bei Omsi muss ja die CPU arbeiten aber wenn du Train Simulator aufnimmst dann muss die Grafikkarte arbeiten und das wird dann heiß also gut jetzt nicht so heiß aber es wird warm das merkst du am schlimmsten ist Transit World das aller schlimmste weil da brauchst du nur das Spiel starten gleich äh da heizt dir die Grafikkarte hoch äh da kommst du dir nach einer halben Stunde Fahrt vor wie in einer Sauna ganz schlimm und Susi 3 Führerstandsmitfahrten ist quasi genauso wie Omsi äh da ähm arbeitet die Grafikkarte nicht richtig mit weil es auch eher nach dem Prozessor geht und nicht nach der Grafikkarte und das ist halt das Gute und ich hab bei Susi Vorteile ich kann da schon meinen Ventilator machen weil Susi Führerstandsmitfahrten sind ja meistens nur mit Fahrten ohne Kommentar so Türchen auf und du steigst hinten raus Kollege oh ich find die Uhr da ich find die Uhr richtig cool richtig schön mit einer Uhr hier drin herrlich ok interessante Türsounds hab ich auch noch nicht so gehört aber cool so 41 24 bin du schon da? ne kann nicht sein ich bin nicht da ich muss geradeaus weiter so da steht der Kollege MNÜL der hat noch ein bisschen Pause und fährt dann die 41 23 äh 41 23 zurück nach Edbruck Bahnhof aber wir müssen jetzt hier weiterfahren so ja dann möchte ich mich nochmal bei beiden bedanken für die ganzen Glückwünsche ähm zum achtjährigen Geburtstag von diesem Kanal es ist unfassbar dass dieser Kanal schon acht Jahre alt geworden ist ne unfassbar und es ist auch krass wie schnell die Zeit vergeht ne also das ist Wahnsinn und dabei hat sich auch nicht vieles geändert auf diesem Kanal ne also ähm ja was hat sich denn großartiges geändert es hat sich nur die Videoqualität verbessert und meine Mikrofonqualität hat sich verbessert die anderen Dinge sind immer noch wie vor acht Jahren vorhanden sprich meine Schusslichkeit meine Verpeilung aber gut dass ich manchmal sehr viel labere wobei ich mir sowas mal in der Realität wünschen würde also nicht nur in der Aufnahme sondern halt mal auch im real life ne weil da bin ich nicht so eher der Typ der viel rum redet aber sobald die Aufnahme läuft dann äh habe ich zum Beispiel meine Schwierigkeiten nämlich einfach mal zu bremsen mit dem Gelabern mit dem Gelabere und ähm ja auf jeden Fall ein großes Dankeschön an euch allen für die Glückwünsche und ähm es freut mich sehr ähm dass euch meine Videos gefallen und ähm ja also ein großes Dankeschön nochmal und es macht mir auch nach acht Jahren weiterhin sehr viel Spaß wie auch beim allerersten Tag des allerersten Videos ne gut das allererste Video war ohne Kommentar aber gut aber wie gesagt es macht mir nach wie vor sehr viel Spaß und ähm ähm ja Dankeschön freut mich sehr dass die Videos bei euch gut ankommen und dass euch auch meine Tutorials gefallen das ähm freut mich einfach ja ja so müssen wir über ein Skigebiet Digga ich sag dir wir fahren nicht über ein Skigebiet oder? die Seite stelle Sparkasse hat nichts mit Skigebiet zu tun ähm so ja einen hatten wir auch äh in den ähm Kommentaren geschrieben ähm ja klang so als würde das zu schlimm klingen für ihn ähm er hat äh geschrieben dass ich nach acht Jahren gerade erstmal die 4k Abos habe ja das klang so als ob das äh fassungslos ist ne dass es nicht möglich ist dass man nach acht Jahren YouTube immer noch nicht 5000 geknackt hat ne und äh das sag ich ganz ehrlich ich hab auch drauf geantwortet dass es mich nicht stört weil ich gehe nicht nach Abo zahlen ich gehe auch nicht nach Zuschauer zahlen und das kann ich auch immer wieder sagen ne ich mache das ganze weil es mir Spaß macht ja ich mag es euch zu unterhalten auch zu helfen und ähm das ist was eigentlich zählt weil es geht mir nicht nach Klickzahlen oder äh Abo zahlen das ist mir ehrlich gesagt ja äh ehrlich gesagt egal weil das ist Schwachsinn wenn ich danach gehen würde bei mir geht es wie gesagt wirklich nur nach dem Spaß den Spaß habe ich auch seit acht Jahren habe ich schon über 1000 Videos hier hochgeladen und äh ja lerne immer wieder auch neue Leute kennen und äh ich würde das ganze auch nie beenden wollen ja ist so das kann ich auch nur jedem empfehlen geht nicht nach den Abo zahlen oder nach den Klickzahlen wenn ihr YouTube machen wollt macht YouTube einfach dann wenn ihr auch wirklich Spaß daran habt ja Klicks und Abo zahlen das ist ne viele meinen ja auch man könnte ja mit YouTube leben das kannst du aber nicht das kannst du wirklich nicht gut es sei denn du bist krank dann äh ja aber so mit YouTube leben kannst du überhaupt nicht also wer das denkt das ist das ist ne ist sowieso ne falsche Einstellung ja ja ich geh auf YouTube dann kann ich von YouTube leben also ne also nie nach Klickzahlen gehen oder Abo zahlen gehen ähm das ist nicht gut also wenn ihr YouTube machen wollt dann höchstens bitte nur wenn ihr auch Lust daran habt wenn ihr auch Spaß daran habt oder ansonsten gar nicht ja zumal ähm deine Community es auch merken würde wenn du wirklich jetzt nur nach Klickzahlen gehen würdest oder nach Abo zahlen gehen würdest das ist ne das kommt nicht gut an man sollte schon Videos aus Lust und Spaß machen also man sollte schon richtig Lust haben und nicht äh sich zwingen Videos zu machen um mehr Klicks oder so zu kriegen das ist totaler Schwachsinn ja ist einfach so und ich bin ehrlich gesagt sehr froh darüber ähm was die Abozahl beträgt ne ich bin jetzt nicht so einer der sagt oh Junge 8 Jahre YouTube haben noch nicht mal 5000 Abos geknackt das ist doch echt scheiße nicht so einer bin ich nicht ja ich meine wenn ein neuer Abo dazu kommt dann freue ich mich natürlich ich freue mich immer wieder gerne auf äh ne neuen Abonnenten der neu dazu gestoßen ist freue ich mich wirklich drüber ne natürlich auch Leute die kommentieren da freue ich mich auch immer drüber gut verzeiht komme ich manchmal nicht hinterher mit den ganzen Kommentaren muss ich auch zugeben tut mir auch leid aber wie gesagt mir ist egal wie viele Abonnenten ich habe Hauptsache ich habe Spaß und mir ist es auch wichtig dass ihr Spaß habt von meinen Videos ja und wenn euch meine Videos gefallen dann freue ich mich drüber ja das ist einfach so und selbst wenn mein Kanal jetzt zum Beispiel 20 Jahre alt ist und der hat immer noch nicht die 10.000 Abonnenten geknackt dann sage ich mir egal weil wichtig ist dass das Spaß vorhanden ist was ich mache und dass euch meine Videos gefallen mehr interessiert mich nicht und der Rest ist mir ehrlich gesagt Latte so das dazu weil wie gesagt der Kommentar letztens der klang irgendwie so als ob das äh was Schlimmes ist ne aber gut jetzt noch einmal heizen hier ah 84,6 ok mehr kriegen wir nicht raus das ist die Höchstgeschwindigkeit so so ah ah fast wieder weg meine Güte 3 Minuten ne wir sind pünktlich Mensch mir selten halt bei mir ja und wie gesagt wenn der Kanal 10 Jahre alt geworden ist dann gibt es ne fette äh 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 Geburtstagsfeier zum 10 jährigen Jubiläum natürlich gibt es auch ne fette Abonnenten Party äh wenn dieser Kanal 5000 Abos erreicht hat ähm da werde ich äh ein paar Kontakte spielen lassen damit ich ein paar Gewinnspiele verlosen also ein paar Gewinnspiele starten kann damit ihr auch mal was gewinnen könnt weil das habt ihr auch verdient ja ja und ich kann einfach nur nochmal Danke sagen an alle ja also ich sag mal so ohne YouTube wäre mein Leben total langweilig sag ich ganz ehrlich weil ähm YouTube ist halt für mich das Beste was es gibt ne und ähm ich mag es halt ich mag es halt Leuten zu unterhalten zu helfen und 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 ne und das will ich auch weiterhin so machen und wie gesagt jedes Video was auf YouTube von mir erscheint ist immer ein Video wo ich auch wirklich Lust habe ne und das ist auch meistens so wenn man vom Uploadplan her geht sieht man dass jeden Tag ein neues Video kommt das ist richtig ich ich produziere ja vor zu sie drei habe ich schon ausgesorgt weil ich hab da schon so viel aufgenommen das reicht locker schon für drei Wochen und Omsi ja und Train Simulator nehme ich meistens äh ja drei vier Mal eine Woche auf oder so ne mehr auch nicht ne aber wie gesagt jedes Video ist halt ähm äh wirklich ein Video wo ich Lust habe und Spaß dran habe und nicht äh wo ich gar keinen Spaß habe weil ich mache keine Aufnahmen wo ich keine Lust habe ne sag ich ganz ehrlich es war auch letztens bei der Omsi Folge so die ausgefallen ist wo Omsi meinte rumzuspinnen mit Hamburg äh dass da äh dass die Addons auf einmal deaktiviert war und da habe ich auch am nächsten Tag geschrieben dass die Folge ausfällt weil ich einfach keine Lust mehr hatte um sie aufzunehmen weil kann ja nicht sein dass Omsi einfach mal meine Addons deaktiviert und auf den Theater hatte ich dann einfach mal keine Lust mehr gehabt ne und ja ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen über Kommentare freuen ich persönlich finde diesen Bus wirklich mega cool und kann es echt nur jeden empfehlen damit zu fahren vom Fahrverhalten her eigentlich ganz gut ja ja und äh und äh Arne hat da wirklich richtig geile Arbeit geliefert also da kann man echt nicht meckern also Respekt Daumen nach oben und das auch nach Freeware äh das ist der Wahnsinn ja also top also vielen Dank liebe Arne für diese tolle Arbeit die dir uns äh äh was du uns hier geschenkt hast und ähm ja ich kann den Bus wie gesagt nur jeden empfehlen und die Installation ist auch ganz einfach ihr müsst einfach nur die zwei Ordner in den Omsi Hauptverzeichnis einfügen und dann habt ihr den Bus installiert und das war's auch schon ne gut ich bedanke mich fürs Zuschauen wünsche euch allen noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Folge von Let's Play Omsi 2 der Omnibus Simulator und vielen herzlichen Dank an alle treuen Zuschauer die schon seit acht Jahren meinen Kanal verfolgen auch die jetzigen Zuschauer die jetzt dazu gekommen sind vielen Dank ähm dass ihr immer treu meine Videos schaut das macht mich sehr glücklich und ähm es freut mich immer wieder sehr dass euch meine Let's Plays gefallen weil wie gesagt es geht mir nicht nach Klickzahlen es geht mir darum dass ich Spaß dran habe was ich mache und es geht mir vor allem auch darum dass euch meine Videos gefallen das ist mir wichtig und wenn euch das Video gefällt dann freut es mich immer wieder ähm ja das freut mich einfach ich sehe ich sehe es meistens an den Daumen nach oben das ist für mich auch eine Bestätigung okay so vielen Leuten hat das Video gefallen und das freut mich einfach ja und ähm falls ihr jetzt jemand fragt wann der nächste Livestream kommt ich weiß es noch nicht aber dazu werde ich in der ja dazu werde ich das unter Community Tab das ganze noch ankündigen wann der nächste Livestream kommt ich weiß es wie gesagt momentan nicht und ganz ehrlich bei der Wärme hat man zur Zeit auch keine großartige Lust irgendwas zu machen zu machen streamen weil wenn ich jetzt zum Beispiel Transimulator streamen dann habe ich einen sau heißen Keller es ist eigentlich schon verrückt dass überhaupt der Keller so warm ist wenn ich auf mein Thermometer gucke 27,9 Grad wer jetzt nach Transimulator anhält man schon mal 30 Grad und von daher äh wie gesagt bei einer beschissenen Hitze macht es einfach keinen Spaß so großartig zu streamen und äh gut man könnte im Hintergrund den Ventilator anmachen aber das Problem ist man hört ihn ich habe jetzt keinen leisen Ventilator meiner ist leider sehr laut und äh ja das ist nicht das ist nicht so toll und das würde euch auch stören und ich möchte schon dass ihr Spaß habt an meinen Livestream oder an meinen Videos und äh nicht dass ihr irgendwelche Störgeräusche im Hintergrund hört und das ist einfach dann nicht so der Knaller gut Steven genug gelabert jetzt haben wir schon eine Stunde voll ja wie gesagt ähm ich bedanke mich fürs Zuschauen wünsche euch allen noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal wieder in OMSI 2 morgen gibt es eine neue Folge von Führerstandspitfahrt über morgen kommt eine neue Folge von Transimulator über über morgen kommt eine neue Folge von Führerstandspitfahrt und über 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 morgen gibt es eine neue Folge von OMSI 2 weitere Infos findet ihr auf meinem YouTube Kanal unter den Tab Community dort findet ihr immer den aktuellsten Uploadplan ich weiß meine Website ist offline ob die jemals wieder online kommt ist eine gute Frage denn ihr müsst euch vorstellen meine Website ist wie der BER man fängt an aber wird nie fertig aber das liegt größtenteils an mir ja äh muss ich zugeben aber ähm gut in diesem Sinne macht's gut euer TrailerTV tschüss